Sie sehen einen Film einer Führerstandsmitfahrt aus einem historischen Schienenbus. Sie sehen die Taunusbahn zwischen Friedrichsdorf und Brandoberndorf. Diesen Film können Sie zusammen mit noch anderen Führerstandsmitfahrten im Internet herunterladen auf www.rumsenden.de www.rumsenden.de Die Musik ist vom Kraftfutter-Mischwerk. Die Titel stehen unter einer freien Creative Commons Lizenz im Internet. Die Lizenzinfos und die Download-Links zur Musik finden Sie zusammen mit dem Film auf www.rumsenden.de Dies ist ein Film von Gregor Atzbach. Ein Dank geht an die oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen, die regelmäßig Sonderfahrten mit historischen Schienenbussen unternehmen. Mehr Informationen zu den oberhessischen Eisenbahnfreunden gibt es im Internet auf www.oef-online.de 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020